Ok, ich habe über 2.000 Ja, ich auch. Boah, meine Fresse. Das Holz bringt uns erst richtig Kohle, wenn wir das verarbeitet haben zu irgendwas. Ja, du musst mal beim Baby gucken, was der Kater, der mal wieder genervt hat. Baby geht es gut, Katze hat genervt. Solange sie schläfst, ist doch alles gut. So, wo ist denn das Geschäft mit dieser Tante? Alicia ist die in ihrem Orangenwagen. Ist das ein Insekt? Nur, es leuchtet, es ist kein Insekt. Orangennasen, es ist orange. Der ist immer gegenüber dem Lark von Leif. Das kleine Ding wahrscheinlich hier. Ah, so eine Orangehütte. Die Säge. Aufpacken oder mit Rechtsdritt anschmeißen? Genau, wenn ich wirklich wie... Aufpacken mache ich doch. Der muss aber noch mal woanders entkicken, sonst hast du das Holz wieder in der Hand. Ja, nach da. So. Hat hier noch eine zweite Zäge? Weil ich habe hier 2100. Nein, deswegen hätte ich gesagt, du sollst zurück. Okay. Du kannst ja erstmal was anderes machen. Du kannst ja ins Regal packen. 2000 Bretter passen da locker hin. Unser Mini-Regal. Du kannst ja noch so ein Regal holen. Leif hat sowas. Leif ist der im blauen Laden. Und die ganzen Werkzeuge zum Beispiel. Spitzhacke. Ach, was weiß ich. Was du halt noch nicht hast. Ich habe so vieles nicht. Ja, ich weiß. Aber ein bisschen davon kannst du mit Geld wieder gut machen. War das jetzt irgendeine Anspielung? Ich weiß es nicht. War das von dir einer? Mit genug Geld kann man sich einiges kaufen, was auch vorhin nicht hatte. Abschluss. Ja. Spurerschein. Die Frauen, die du willst. Frauen. Die Hunde, die du willst. Wenn du willst, dann ist das etwas, was 24 Stunden noch meckern kann. Keine Ahnung, aber ich habe es trotzdem geheiratet. So, ich warte auf dich. Du hast angefangen. Ich warte auf dich. Ja, ich bin trotzdem nicht dran. Wo bist du? Ich bin niemals. Da geht doch auf Emma gucken. Das ist auch ziemlich schwer, dir zu beschreiben, wenn ich hier mitten in der Pampa bin. Oh ja, du bist doch gleich da. Zeig ja mitten in der Pampa. Schau mal, das kleine Ding, was sich da hinten bewegt, dieser kleine... Nein, ich will jetzt nicht auf deine Hose gucken. Nein. Der kleine Wurm, der sich auf der Kante bewegt, das ist Pionado. Ich guck jetzt nicht auf deine Hose. Der ist doch die kleine. Ne, doch. Das weiß ich doch. Aber ich habe dich jetzt schützen. Du hast ja mein Geld. Warum sagst du, ich habe kein Geld. Welches Geld? Schade eigentlich, ja. Ich hätte wenigstens eine Sache. Ich habe gerade 1.000 Euro ausgegeben für ein neues Betrieb und eine neue Kupplung. Gibt es doch gar nicht einen Stock, so erzähl mal sowas nicht. So, ich leg mich jetzt schlafen hier. Ich bin genauso braun wie mein Bett. Und wenn ich ins Bett kacke, fällt das gar nicht auf. So. Ich habe mal wieder was gemacht und hätte gar nichts gefüllt dabei. Gar nichts. Der ist da unten rum tot, der Mini. Na, glaube ich. Benutze die Pfeife. Dein Haustier macht Tricks. Was? Wie soll ich denn meine Pfeife benutzen? So wie gerade? Also wenn ich meine Pfeife benutze und ein bisschen rumwehe, dann... Obst du knarst? Irgendwelche Ärgernis. Ja, genau. Ah, wir haben jetzt 21,21. Echt? Oh, siehst du mir die Zeit? Ne, echt. Oh, das sind meine Tabletten. Meine schönen blauen. Oh, ist das ein Pfeife. Nenn mal Vitamintabletten. Hast du das gerade aufgenommen? Ja. Naja, ich nenn die auch immer Vitamine. So, wir machen jetzt mal kurz zur Aufnahmekause. Das sind Männer Vitamine. Also bitte kleine Mädchen, keine blauen Tabletten nehmen. Was? Nehmt ihr von Rapsiofarm, A bis Zink. Sie machen zum Glück keine Werbung. Die könnt ihr auch von jeder anderen Firma nicht essen. Fragen sie aber ihren... Arzt. Ob das sinnvoll ist. Ihren Heilpraktika und Chirurgen. Nein, überdosen. Haben wir wie lange gebraucht? Ach... Also ich könnte schon seit drei Stunden noch fällen, während du noch überlegst, ob du aufstehen darfst. Ja, mir fällt gerade auf, ich muss da selber draufklicken. Um aufzustehen. Was ist denn das? Man steht nicht von der Leine auf? Ja, luxus jedenfalls nicht. Boah, ey. Ehrlich? Das ist doch beschissen. Das muss ich aber selber mitdenken. Hm. Ist ja wie nach Schule. Voll eklig. So. Denkst du dann Geld zu sparen? Ja, ich hab Holz. Ah ne, ich sammel Schmetterling hier. Ich hatte gerade die... Ich kann ja nochmal gucken nach dem Rezept, dass wir aus dem Holz irgendetwas machen, was uns mehr Geld bringt. Obwohl, ich hab das letzte Mal Futtertrügel hergestellt. Die Beinkohle. Wir könnten Futtertrügel herstellen. Ja. Könnten wir. Ja. Wie heißt das Spiel nochmal? Stachselnett. Ja? Oder man nur Stachseln. Wir Stachseln. Was? Und nur so. Was hast du vor? Wenn ich das irgendwann beschriften möchte, muss ich auch wissen, wie ich das nennen muss. Stachseln. Hier ist der Friedhof bestimmt. Ach ne, hier ist irgendwelche Holzkistensammlung. Haben die überhaupt einen Friedhof? Ich würd's nicht wissen. Oh, ich hab jetzt 3.000. Das ist schon wieder so ne Schreckenheuer. So. 3.000. Soll ich nochmal in Sargut investieren? Ähm. Oder soll ich schon mal in die Schneidestation holen? Nein, wisst ihr was, wir machen jetzt die Trügel. Ich mach Trügel. Und ich kümmere mich mal ums Holz nunmal. Dann machen wir ein bisschen Geld. Muss das Holz verkauft werden? Oh, ne. Ich brauch halt ja zum Bauen. Okay. Ach, du hast ja das Holz. Ich hab das ja in den Schrank geräumt. Das ist schon richtig, dass wir bei Alice hier abholen. Wir können uns ja dann, wenn du irgendwann richtig Kohle hast, noch so ne Säge daneben stellen. Oder noch innerer Boden. Okay, wir haben jetzt 368 hier vorne. Man braucht noch Nägel. Und... Oh. Häubern. Und dann muss man das Ganze montieren. Und ich geh mal hier rüber und schau...